Top 10 Schnell bevor es gleich weiter geht mit Regnen. Chris gegen Suhaib. Chris heute Favorit, glaube ich. Los gehts, schnicken. Chris, du hast die Saiten gewonnen, oder? Ich grüß die Seiten. Ich grüß die Seiten. Ja das rutschte ich auf der anderen. Und los gehts. Oh, schade, aber das Ding, zack, 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 sah schon geil aus. 0-0 und, oh, Wechsel, wird es die erste Führung für Chris? Junge, nicht jammern, Fußball spielen. Guter Ball. Ah, schade, immer noch 0-0. 1-0, Suhaib. Oh, und da geht es schon los. 2-0, Suhaib. 0-2. Oh, der war aber auch fies. 2-0. 3-0. 4-0. Bauch, anderen haben wir gesagt, nicht Knie. Er muss immer an die Knie gehen. Außerhalb, 0-4. Nee, du hast. 1-4. Chris, jubelst du mal, ey? Hallo? Freu dich. 1-4. Oh, schade. 4-1. Oh, der ist gut. Ja, nicht verletzender. 5-1. Schade. 6-1. 7-1. 7-1. 8-1. 9-1. Das sind aber auch fiese Angaben. 10-1. Satzball. So, ich muss sagen, dass du den annimmst, dass der aus ist. Und 11-1. Erster Satz an Suhaib. Chris, pass auf, dass du nicht verletzt war. Das ist rutschig. Aber da finden wir bestimmt sonst jemanden. Auf der Verletzungsrisiko auf der Seite. Auf der ist Verletzungsrisiko. Das sehe ich. Das ist ganz, ganz, ganz glipschig. Zweiter Satz. 11-1 Suhaib. Erster Satz. Und los geht's. Boah, nee. Da war wieder die Chance, in Führung zu gehen. Aber mit dem psychischen Druck kommt Chris nicht so gut klar. 0-0. Oh, was für ein brutaler Stopperaufschlag. Im Tennis wirst du für sowas angefeindet. 1-0. 2-0. Oh, 3-0. Eieieiei, 4-0. Da war es schon rutschig, habe ich gesehen. Auf jeden Fall. Und da ist uns die Rede passiert. Nee, du hast aber nicht den Ball jetzt. Und eigentlich war das auch eine Angabe von so. Aber wir bleiben mal bei 4-0. 5-0. Oh, 0-4. Der verletzt sich schon beim Ball auch. Gute Angabe. Oh, ist das gut gespielt von Suhaib. Jawohl. 1-4. Da tobt der Mob. Geil. Oh, jetzt fängt es ja auch noch an zu regnen. Ist das ekelhaft. Mach's, man riecht schnell zu Ende. 4-1. 5-1. 6-1. 6-1. Ekelhaft. 7-1. Oh, mein Regenschirm fliegt gleich weg. Ist auch noch windig. Ach, schade. 8-1. 1-1. Ja. Ja. Das war, glaube ich, ein bisschen zu laut für die Kamera, für das Mikrofon. Gegen die Laufrichtung ist auch sowas von fies. Nein. 9-1. Chris, Vorsicht jetzt, ja. Es rutscht sich immer noch. Gerade, wenn es jetzt regnet. Ah. Oh, nein. Muss er raus? Ne, was macht man da? Haben wir einen Ersatzspieler? Ey, suh halt weg. Suh halt weg. Da muss er sich selber drum kümmern. Robb dich ins Krankenhaus, Chris. Ah, jetzt, wie steht es denn? 10-1, da braucht man einen Ersatzspieler. 10-1, Matchball Suhalp. Kleiner Chris, streng nicht an. Mach den Onkel stolz. Jawohl. Oh, 1-10. Heute geht was für Chris. 2-10. Nächster, zweiter Matchball für Suhalp. 10-2. 2-10. 2-10. 10-2. Dritter Matchball. Der gute, alte Dropkick. Ach, ne, der war aus. 2-10 wieder. Guter Ball. 10-2. Kann ich mir erzählen. Weiß nicht, wie viel der Matchball. Vierter oder dritter. Uff. Da merkt man Chris' Unerfahrenheit. Dass er den Ball nochmal annimmt. Und 2-10. Wieder abgewehrt. Oh, ist das ärgerlich. Matchball Suhalp. 2-10. 2-10. 2-10. 2-10. oh war der der war hinter der war gut so ergibt okay wenn du sagst der war gut du bist näher dran 3 zu 10 10 zu 3 4 zu 10 ich weiß nicht wer auf den satzgewinn für chris getippt hat aber hier ist heute was drin 10 4 matchball so halb 4 zu 10 10 zu 4 war der außerhalb oder war der drin müsst ihr wenn du es nicht wirst macht wiederholung was war es ja ja wenn es wiederholung ist das du noch mal das war es aber nene 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 wir halten hier abstände ja chris beste leistung im turnier bisher hast du was dazu zu sagen noch nichts mehr zu sagen okay ja 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 ja